Inge Meisel kommt lieber in klassischem Schwarz. Sie machte sich noch mit 85 Jahren bei Wetten, das gemütlich. Ohne Proteste lässt sie sich in ihr Allerheiligstes schauen. Und Tommy zaubert wahre Schätze zum Vorschein. Herr Dresd, Sie sind auch drin. Ja? Ja. Und Günther ja auch nicht. Nein, den kann ich auswendig. Gut.